erstens ich will mich wirklich herzlich bedanken für dieser super video interview hat super geklappt und sie haben wirklich sehr gut alles zusammen gefasst besser geht es überhaupt nicht sehr menschlich man hat sich da wirklich auch aufgehoben gefühlt man hat das gefühl gehabt da möchte ich hingehen das sind leute die mich wahrnehmen die mich ernst nehmen die lust auf ihren job haben dieses gerne machen auch das haus toll finden das was es mittlerweile eben auch hier ist der kundessenkrankenhaus hat sich toll etabliert in kassel ja die filme spiegeln wirklich das wieder was wir wirklich leben und der enthousiasmus unseres personals kam total toll rüber hätte ich nicht gedacht dass das in den kurzfilm das so schnell rüber kommt und ich freue mich einfach also als wertigkeit man fühlt sich dem haus zugehörig gerade das personal was man da sieht bringt unser haus auch einfach immer wieder weiter nach vorne und genau das merkt man hat total spaß gemacht die kliniken sind auch total stolz auf ihre filme also die haben sich sehr darüber gefreut auch allgemein der film ist toll angekommen die mitarbeiter im haus sind sehr zufrieden und ich glaube dass wir da auch in zukunft noch einige filmen drehen will